Herzlich Willkommen im Sign-Institut! Björn Thorwellen wieder hier und ich habe heute 10 Tricks für euch, wie ihr eure Bass-Drums fetter macht. Ja, Bass-Drums sind mit das Wichtigste in einer elektronischen Musikproduktion. Klar, das Thema und so ist auch interessant, das ist selbstverständlich, aber im Club muss natürlich die Hose flattern und wie ihr das mit 10 Tricks erreicht, das erkläre ich euch jetzt. Punkt Nummer 1, ihr braucht einen Low-Cut. Schaut einfach, dass ihr euren Low-Cut so bei 20, 30 Hertz setzt, weil alles was da drunter ist, das ist einfach viel zu tief. Viele Lautsprecher können das überhaupt nicht wiedergeben und sind aber trotzdem irgendwie damit beschäftigt. Ihr braucht dafür sehr viel Energie, um diese tiefen Frequenzen wiederzugeben, deswegen schneidet sie rigoros weg, auch bei Bass-Lines und bei Bass-Drums setzt immer einen Low-Cut ein. Schaut, ob ihr 12, 24, 48 dB Flankensteilheit nehmt, guckt ein bisschen da drauf. Der Ableton-EQ, der kann manchmal ein bisschen komisch machen, der macht so die Phase ein wenig kaputt und dann gibt es hässliche Fragmente zu hören. Da gibt es aber auch andere Anbieter, zum Beispiel kann man auch in einem Channel-Strip, wie zum Beispiel von API, einen Low-Cut einstellen oder hier in Soft-Tube bei dem Summit. Punkt Nummer zwei, Saturation. Ja, Saturation ist wichtig, damit die Kick-Drum so ein bisschen Obertöne nimmt und da habe ich zwei kleine Plug-In-Tipps für euch. Entweder nehmt ihr den Ableton, den Saturator, da könnt ihr entweder mit dem Sign rumspielen oder auch mit dem Wave-Shaper. Ihr bekommt damit extrem dicke Kick-Drums hin oder checkt auch mal von D16 den Devasto ab. Da habt ihr auch verschiedene Wave-Shaping-Methoden. Ihr könnt das Ding so richtig übersteuern und bekommt damit von leicht angedickten bis zu den absolut distorteten Kick-Drums alles hin. Tipp Nummer drei, ihr benötigt einen Pull-Tec-EQ. Pull-Tec-EQ ist mit das Wichtigste, um eine Kick-Drum so richtig zu shapen. Ich kann euch das Ding nur empfehlen, gibt es von verschiedenen Herstellern. Ich arbeite gerne mit dem Pull-Tec-EQ von Universal Audio. Damit könnt ihr eure Kick-Drum im Bassbereich anheben, könnt sie aber auch im Mittenbereich absenken. Ihr könnt das High-End verändern und ist für Bass-Drums einfach wie gemacht. Tipp Nummer vier, ja, ein Dip. Ein Dip bedeutet, dass ihr anstatt immer nur Frequenzen reinzudrehen, auch mal Frequenzen rausdreht. Und da bietet sich vor allem der Frequenzbereich zwischen 2 und 500, 600 Hertz an. Da einen kleinen Dip setzen und ihr werdet merken, eure Kick-Drum bekommt mehr Wumms. Tipp Nummer fünf, Layering. Layering ist ein Thema für sich. Das bedeutet, dass ihr die Kick-Drums nehmt, verschiedene Kick-Drums, zum Beispiel eine mit mehr Bassanteil, eine mit mehr Bauch und eine noch für die Höhen, dann vielleicht noch ein Sub-Bass und vielleicht noch ein bisschen Reverb-Kick dabei. Und dann habt ihr einen Layer mit verschiedenen Schichten und diese Schichten gemeinsam ergeben dann eure Kick-Drum. Das bedarf viel Übung. Ihr braucht auf jeden Fall noch einen EQ. Ihr braucht ein bisschen Verständnis von Tuning, aber Übung macht den Meister. Und noch ein kleiner Hinweis, mein nächster Online-Kurs behandelt dieses Thema Kick-Drum-Layering in einigen Lektionen ziemlich ausführlich. Da geht es nämlich darum, wie man einen Techno-Track macht. Und ja, da habe ich einige Layer verwendet und checkt einfach den Kurs ab. Der sollte so in drei, vier Wochen in unserem Online-Campus an den Start gehen. Tipp Nummer sechs, Glue-Compression. Glue-Compression, beziehungsweise Gruppenbearbeitung. Ja, schaut, dass ihr eure Layer und eurem Bass und alles, was ihr so irgendwie im Ground habt, zu einer Gruppe zusammenfasst. Und checkt mal den Glue-Compressor aus mit dem Preset Low Bass Extender. Ja, der eignet sich super, um das Gruppenbild nochmal so ein bisschen anzudichten, zusammenzukleben und vor allem auch anzuheben. Tipp Nummer sieben, der Korpus. Ja, der Korpus, cooles Tool. Schmeißt es einfach mal in eure Session rein und vor allem mit dem Preset Kick tight. Ja, da könnt ihr nämlich einmal das Ding vorsichtig zumischen. Solltet ihr auch. 100 Prozent ist ein bisschen zu viel. Und dann checkt mal das Tuning ab. Wenn ihr das Tuning nämlich genau auf den Tune bringt, wie eure Kickdrum ist, oder vielleicht sogar eine Oktave da drüber, dann bekommt ihr damit ordentlich Bums. Ihr könnt den Korpus auch doppeln. Einmal direkt auf die Kick und einmal eine Oktave drüber. Richtig gutes Tool, um anzudicken. Aber vorsichtig, zu viel des Guten ist dabei nicht richtig. Audio Fades. Ja, statt die Bassdrum in den Simpler zu tun oder in das Drum Rack. Checkt es doch einfach mal als Audio File ab. Und ihr habt die Möglichkeit, mit diesen Fades eure Kickdrum ein bisschen zu tunen und zu shapen. Und das funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Um gerade im Layering zu arbeiten, ist das ein perfektes Tool. Ja, ihr könnt das Ganze auch, und das wäre der nächste Tipp, mit dem Autopen machen. Schmeißt den Autopen auf eure Spur. Macht das Ding auf Mono und stellt es auf ein Viertel ein. Und dann könnt ihr quasi mit dem Autopen, ähnlich wie so ein Plugin wie Kickstarter von Niki Omero. Niki wer? Naja. Könnt ihr das dann einfach benutzen und somit eure Kick triggern. Außerdem zu empfehlen, das LFO-Tool Kostenfuffi gehört für mich in jedes Handgepäck eines Electronic Music Producers. Checkt es auf jeden Fall mal ab. Könnt ihr ziemlich viel Spielereien mitmachen. Vor allem, was eben die Envelope angeht einer Bassdrum oder Basslaten. Tipp Nummer 10, das Tuning. Tuning ist extrem wichtig. Ja, schaut einfach, dass eure Kicktrums in Tune seid. Ihr habt immer eine Masterkick. Schaut, welche Frequenz die hat. Ihr solltet nicht zu tief damit gehen. Ja, alles unter 45 Hertz. Da seid ihr in einem Bereich, wo schwierig ist. Für mich hat sich so 49, 50, 51 Hertz am besten bewährt. Das wäre dann die Note A. Und dann könnt ihr gucken, welche Noten zu A passen. Und so könnt ihr euren Sublayer und euren Toplayer ganz genau eben zu diesem einem Layer formen. Das bedeutet nicht, dass ihr jetzt alles in A macht, wenn eure Kickdrum in A ist. Nein, nein. Aber es gibt ein paar Töne, die passen einfach besser zu A wie andere. Das war es wieder vom Sign Institute. Wenn euch diese 10 Tipps gefallen haben, dann checkt doch unbedingt mal unsere weiteren Videos aus. Abonniert unseren Kanal, klickt aufs Glöckchen, schreibt ihm die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und ja, was sind denn eure Lieblingstricks für die perfekte Kickdrum? Gebt uns gerne da mal ein Briefing, was wir noch besser machen können. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, der Tipp der Woche vom Sign Institute. Benim Minstum hoch. eren Anwesern Ich und bin ich gebe ich